Ich mag irgendwie das Spiel, aber ich komme nicht damit klar mit der Steuerung. Wolong durchgespielt, Rise of the Ruined durchgespielt, aber da bock ich nicht einmal die Steuerung bei den Klanggegner. Finde ich interessant, finde ich sehr, sehr interessant, wie ich mich eigentlich in dem Spiel tue und wie ich mich dann wieder in manch anderen Games tue. Wie zum Beispiel der hier. Org. Finde ich echt Org. Irgendein weiteres Viech ist aus der Karte. Oh, ist egal wie. Er kriegt dich, Alter. Beste Eppert. Beste Eppert, Alter. Egal wie. Kein Scheiß, okay. Er kriegt dich trotzdem. Aber wenn du schön ausgewichen bist, du musst hinter ihm kommen. So, jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du wortwörtlich am Arsch. Schon wieder ein großes, aber dafür haben wir da wenigstens eine Kiste. Das wäre wenigstens was. Das wäre wenigstens was. Okay, bin mir aber nicht sicher, ob das wenigstens funktioniert. Funktioniert das wenigstens? Ich glaube auch nicht, gell? Oh, wie nicht. Oh, Piste Eppert. Überhaupt keine Schleichwerbung. Wie Monster Hinnenship at that Stranding, Digga. Sieht merkwürdig aus. Oh, das ist eine Dose. Das war früher ein behältes, der Wild zu lagern. Eine Dose. Ich mag sie. Ich kann davon verschiedene Daten ablesen. Das ist zwar nicht viel, aber... Ich spüre noch ein paar Erinnerungen. Das ist eine Beschreibung oder Werbung für die Elektrolytlösung. Witzig, dass du dich für so ein altes Ding interessierst. Nun, die hat schon irgendwie was. Wenn du dir solche Sorgen umsiehst, kannst du nicht einen Schrank bauen, um sie zu verschwinden. Aber nicht mehr so extrem wie früh. Klingt gut. Solange es keine Umstände macht. Ach, für die einzig wahre Lily Artemis ist das ein Kinderspiel. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Dann können wir eine Sammlung anlegen. Danke, Lily. Danke, Lily. Schade. Lebenstechnisch oder irgendwas ist jetzt, glaube ich, nichts Neues zurückgekommen oder sonst was. Sonst hätte ich wenigstens gesagt gehabt, oh, super, wenigstens ein bisschen Leben oder irgendwas. Weil ich bin jetzt dann schon ein bisschen wahrscheinlich gefickt. Würde ich jetzt mal behaupten. Was dann nicht, wie es da ausschaut, aber ich glaube, da haben wir wieder keine Energie, oder? Nee, wir haben auch keine Energie. Ah, das ist auch scheiße. Also, du musst das quasi aktivieren, ob du willst oder nicht, weil sonst bist du wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit am Arsch. Ja. Naja, definitiv. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Oh, das ist aber eh vieler Kisten. Ja, das ist so, Alter. In der Tasse. Ja, Schwaberl. Wie viel denn wichtig? Oder sie verdienen. Oh, was soll ich verdienen? Na, irgendwie, was ich machen, was er ein bisschen verdienen könnte, wäre eine kleine Heidung, oder wenigstens. Ja, da, den haben wir da. Wenigstens den. Naja, vielleicht hat er da nichts mitgekriegt. Vielleicht ist er noch ein bisschen scharsaugert, oder irgendwas. Wer weiß, wer weiß. Man muss, man darf halt nur eine Deppart-Furge. Man darf halt überhaupt eine Deppart-Furge, weil sonst haben wir es. Sonst haben wir es schnell, als was glaubst. Mhm. Da geht was weiter. Ah, schön. Da geht was weiter. Zum Schießen. Oh. Wir haben sogar was. Für brenzliche Situation haben wir wenigstens jetzt mal was. Das ist gut. Aber ich glaube, es wird sowieso nur noch brenzlig. Ich glaube, es wird nur brenzlig. Okay, so kleine Scheißer. Aha. Ah, die rasen da durch, Biss Deppart. Auf dem Flaschniveau, Alter. Angelehnt. Mhm. Da steh ich ihm schnell zu, Alter, Biss Deppart. Die wollen es wissen, Alter. Die kleinen Hurnsviecher. Die kleinen Hurnsviecher wollen es wissen, Alter. Biss Deppart. Warte, da ist noch einer. Schnell, gib ihm, gib ihm schnell. Los, sonst sind wir es. Mit zwei Stich hole ich ihn vielleicht noch aus mit gutem Glück. Aber nur vielleicht mit viel Glück. Und sehr, sehr viel Glück. Mehr Glück als Verstand, ich sag's dir. In dem Spiel sicher. Sicher mehr Glück als Verstand. Oh. Da wartet eh auch schon einer. Wenn ich das nicht lerne, bin ich schneller weg, als was glaubst. Da kann ich leider noch nichts aktivieren, gell? Das wäre super. Das wäre wenigstens Lound. Biss Depparty, Alter, ist bald hin, oder? Ist bald wirklich, Alter, hier, Alter. Biss dem Geh nimmer. Aber ich glaub, das kann ich auch wieder nicht nutzen, oder? Kann das sein? Na, da ist auch sicher kein Strom. Boah, das war... So dermaß ein fetter Marsch ohne Strom. Hätte ich mir nicht erwartet. Hätte ich mir echt nicht erwartet. Du bist richtig fetter Marsch. Aber echt schönes Gebiet. Also, da kann es sich echt wirklich schön austoben. Also, mittagt sehr... Mittagt das Gebiet sehr kartentechnisch. Ja, das finde ich auch geil. Da hast du wenigstens mal einen schönen Überblick. Über alles. Finde ich super. Vielleicht, dass wir, wenn wir den schon... Vielleicht, dann vielleicht von ihm attackieren können. Super. Ich kann ihn einmal anvisieren. Super. Entweder vielleicht fickt er mich, vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung. So, ja. Ich hoffe, das geht so aus. Weil das ist noch weit. Super. Wie es mir alle zustechen. Biesteppert. Oh. Oh, der eine. Der eine Schlag war fies. Der eine Schlag war richtig fies. Wow. Aber da hab ich es ihm richtig gut gegeben. Aber da beginnt man zum Zittern. Hahaha. Scheiße. Ich bin mir auch gleich in die Hosen, Alter. Bist der Eppert. Da bin mir unsicher, Alter. Erwartet fix ich uns. Ein richtiger, hurnsranziger Gegner auf uns. Safe. Erwartet sicher der urscheiß Gegner auf uns. 100%. 100%. Kann mir das richtig gut vorstellen. Ich will mir aber trotzdem... Oh. 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 So. Ja. Ich glaub, dann kann er eher ein bissel Scheiße gehen, wenn ich den hier mach. Wichtig und richtig. Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaub, da bau ich aber das Doppelhupfen. Ich glaub, ohne Doppelhupfen wird das nix. Nein, ohne Doppelhupfen wird das nix. Aber ich glaub, das ist eh auch eine der Dinger, die was wir sich dann als nächstes holen. Normalerweise. Normalerweise. Ist jetzt aber nur ne normale Kiste. Naja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Will ich jetzt mal behaupten. Brauchen wir jetzt ehrlich gesagt Gott sei Dank eh nicht. Lauf, Alter. Bist deppert wie der Tempo-Boost. Aktiviert. Wieder auf Speed Force. Da hat's aber wirklich ein schönes Tempo. Muss man schon sagen. Ich hab so das Gefühl, dass der Typ nicht nach hinten schauen wird. Alter, das wär's gewesen. Das wär so geil gewesen. Ah, scheiße. Boah. Bei dem Blauen, das mit dem Blauen hätt ich nicht. Beim Blauen hättest du mich vergessen können. Beim Blauen hättest du mich definitiv jetzt vergessen können. Das hätt ich mir jetzt nicht erwartet. Das mit dem Blauen. Fieks nicht. Das mit dem Blauen hätt ich mir jetzt definitiv gehört vergessen. Mach das so eine Kombo. Bam, 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 bam. Ich denk mir nix dabei weiter. Ich denk vielleicht fiegt er mich super. Ja, schnell, schnell. Ich muss aufpassen jetzt, aber ich muss jetzt aufpassen. Jetzt wird's ganz gefährlich. Ich hab sowieso das Gefühl, sobald ich da ankomme, dass da fieksst du irgendein großer Ips auf uns. Oh, ich hab's sogar wirklich geschafft. Ohne irgendwas. Ohne zu sterben, Bruder. Weiter hab ich den Job gehabt bis jetzt. Hallo, ich bin Service 001. Stande Dienstwohner. Maßnahme durch Administrator nötig. Fehler im Solaton. Ah, da hab ich auch gekriegt, der was mit. 1 0 7 8 C Q. Statusbericht. Neustart fehlgeschlagen. Abdeckung ist fehlerhaft. Maßnahme durch Administrator nötig. Wenn du jetzt gleich sehen, wenn ich noch raus, dass ich da bin, ich noch weiß, da hab. Spiel um die Abdeckung. Die Abdeckung sind die Abdeckung auf die Drohne. ...Nicht behoben werden. Stromzufuhr zu nahe gelegenen Einrichtungen wird eingestellt. Update. Versorgungslager. Status in Aktiv. Bestätigung durch Administrator nötig. Moment, ich verstehe nicht ganz, was das heißen soll. Meinst du, die Abdeckung des Solarturms ist kaputt? Tut mir leid. Dienstdrohne, Sprachausgabe beschränkt vorhanden. Abdeckung benötigt Bestätigung durch Administrator. Fehler so schnell wie möglich beheben. Ich hätte einfach gesagt, habt schon mal mehr offen, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt, beinahe, beinahe, schauen wir auch von mir herauf. Wenn wir was finden, finden wir was. Fix. Machen wir schon, Machen wir schon, da bist du ebbert. Also nicht, kommt da vielleicht noch irgendwo so ein extra Zusatzzugriff oder irgendwas, wäre auch nicht schlecht. Wäre super. Ein kleiner Minio-Computer, das hat sicher schon was können. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch super. Ja, fix. Habe ich aufgetan, bin sicher auf gemütlich. Ist sogar Uncharted, aber machen wir schon irgendwie. Schaffen wir schon irgendwie. Also ich kann eh auch den hier machen, okay, dann ist eh leid. Dann ist eh leid. Wenn du doch kommt, dann muss ich vielleicht auf die Plattform drauf springen oder irgendwas in der Richtung. Aber das Geile ist wenigstens, wir haben da eine sehr, sehr schöne Aussicht wahrscheinlich. Eine sehr, sehr schöne Aussicht, wenn wir wahrscheinlich haben. Das glaube ich. Wenn wir ganz oben ankommen, na hallo. Ich hoffe, dass da jetzt oben kein Viech ist. Dann vielleicht was zum Abschießen. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn dann vielleicht, wenn ein Gegner kommen sollte, dann eher was zum Abschießen. Aber hoffe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ich da jetzt mal endlich mal eine Station habe. Muss man dann ab sofort wieder ein bisschen besser geht. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Würde mich jetzt aber interessieren. Da gibt es noch etwas. Systemfehler. Neustart bescheiden. Es gibt auch wieder ein Problem mit dem Solartorn. Boah. Kurz, weil ich mir einen Tag gehabt habe, sie schafft es nicht. Ich muss ehrlich gesagt, wirklich sagen. Ich habe mir einen kurzen Tag gehabt, sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht. Immer wieder überprüfen muss das Ding sein. Vielen Dank. Systemwartung kann jetzt fortgesetzt werden. Immerhin ist die Drohne enttappt. Geil. Geil. Wenigstens habe ich wieder volles Leben. Ja, richtig geil, Digga. Richtig, richtig geil. Bombastisch. Ähm, das Seil ist aber schon unten. Das Seil ist ja erschösterig, Alter. Es kommt aber weit weit das Seil, Alter. Bist du da, Batavera. Havara. Das Seil, Alter, bist du wahnsinnig. Oh, ey, oi, 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 oi. Da kann ich mich bis oben seilen. Hab ich eigentlich ehrlich gesagt erwartet. Ich habe mich jetzt wirklich erwartet gehabt, Digga, mir. Das ist aber wenigstens gemütlich. Das haben sie wenigstens gut gemacht. So. Weil die haben schon, die haben schon damit gerechnet gehabt, dass der ein oder andere oben fallen wird. System wurde bereit. Yay. Neustadt erfolgreich. Endlich wieder Strom, Alter. Bis der Petaruhrenzüten. die kann ich mir meine upgrades holen doppelsprung ganz wichtig doppelsprung muss ich mir holen wenn es möglich wäre so viel doppelsprung so viel kein wenn oder aber ich glaube das stellenweise mit fix dosa generator irgendwo sein ich glaube da wird es noch mehrere generatoren geben bislangst bislangst dass das ja was sehr gut sehr gut so dass es super die die plattform die bringt uns komplett das ist ja ich dachte schon wieder von wo kommt dieses seil bitte ich wollte gerade sagen was hast du jetzt schon wieder schönes das tust du jetzt schon wieder ausgraben mein freund wie ist der tepperträder na klar eine extra stufe aufstieg so kehrt sich so das tust du jetzt noch mal Mal wieder zu seine Rutschen. Das ist dann auch wieder so ein Extragebiet, oder was? Na bist du deppert! Ach so, das ist dann des untere dann noch so zusätzlich... Uuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Schrotplatz, Smiley, neue Mission, ist eine Art quasi Neemquest, interessant, find ich geil, find ich definitiv leuernd. Das ist ein Arsch, Alter. Uiuiui. Das will ich auch abonnieren bei dem Arsch. Wahnsinn, Alter. Uli, moli, Alter. Ui, 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 ui. Nicht schlecht. Aber jetzt heißt es endlich mal aufwerten. Jetzt heißt es endlich, endlich aufwerten. Let's go. Acht verfickte Level-ups haben wir jetzt. Moin! Nimm mein Geld, nimm es, nimm es. Wie geht's dir, Dragon? Wie geht's dir, Wando? Alles klar, Spalletti, beide gleichzeitig. Das ist auch irgendwie ein bisschen verdächtig. Beide sind gleichzeitig gekommen. Oh, weh, weh, weh. Ach du Scheiße. Limitierte Anzahl. WP-Puppe. Beleb dich an einer gleichen... Oh, an einer gleichen Stelle wieder. Das ist geil. Das ist geil. Ja, sicher, sicher. No. No. Ai, 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 ai. Noch immer krank, Alter. Was ist da los, Havra? Was ist da los? Oder... krank wegen... Prüfung. N. Aber definitiv auch. Gute Besserung ist eh klar. Würde ich auch verstehen. Ah, da kratzt man auch mein Hals, wenn die Prüfungen stattfinden. Einfach Kuss nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich mal schauen. Haben wir jetzt eigentlich schon den Doppelhupfer oder nicht? Im Folgestoß würde ich definitiv gerne machen. Weil da wären wir sicher noch auf das ein oder andere stoßen. Fokussteigerung erleichtert den Einsatz von perfekter Abwehr. Beta-Energie. Na, ich hoffe, dass ich dadurch besser abwenden kann. Weil daweil ist das Abwehr noch immer leider nicht so wirklich so das Wahre. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ehrlich gesagt noch immer nicht wirklich so dermaßen erfreut. Erleichtert den Einsatz von perfektes Ausweichen. Ich bin eher immer so der Typ gewesen, ich bin froh, so schnell wie möglich alles wegzuhaben. Also alle Prüfungen, alles zack, 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 so schnell wie möglich hinter mich zu kriegen. So, dass ich dann einfach quasi gar nicht mich drum kümmern müsste oder irgendwas in der Richtung. Okay, dann nehme ich gleich einmal den Bereich, damit das da alles gleich fertig ist. Ist mir lieber. So, zwei Punkte haben wir noch. Dann nehme ich da auch noch was von meiner Spezialfähigkeit und würde sagen, ja, von meiner Standardfähigkeit. Dass wir da irgendwas in die Richtung gehen. Erhöht die Angriffskraft. Ist okay. Angriffskraft erhöhen. Gibt schon mal nicht schlecht. Ja, das ist auch noch zusätzlich. Was ich immer so ein bisschen gehasst habe, ist, wenn du einmal was verpasst hast. Du bist am Arsch. Du bist so richtig fetter Marsch. Wenn du einmal was verpasst hast, gefühlt, du kennst dich dann irgendwie nicht mehr aus. Das ist auch urranzig. So, was ist da? Maximale Verbesserung. Die Angriffskraft von Kombos der Stufe 2 und Höhe um 27%. Hört sich schon mal richtig geil an. Hört sich richtig, richtig geil an. Kritische Trefferrate. Könnte man eigentlich verbessern. Lieber die Spare-Ribs, Bruder. Lieber die Spare-Ribs. Ich könnte lieber die Spare-Ribs, Digga. Ist, glaube ich, besser für dich. Ist, glaube ich, äh... Du den Teil beitragen zu deiner Gesundheit, weißt du? Nimm die Spare-Ribs, Digga. Nimm die Spare-Ribs. Nimm sie. Nimm. Nimm sie. Geht sich das noch aus? Weil das ich um... Nein. Jetzt bin ich schon. Wo ist jetzt? Hörer. Du zeigst einfach das, was du drauf hast und dann hast du nicht hier, oder was? Schwierle. Aha. Aha. Jetzt gebe ich ihm, Alter. Oh, er wollte schon... Er wollte schon... Wisst ihr, er wollte ihn auspacken. Er wollte ihn auspacken. Er wollte Gebungerten herzeigen. Der Hund. Ja, aber, weißt du, oder? Nur, weißt du, die Nudel frisst, wie die Nudel nicht größer, gell? Wenn du's Bescheid weißt. Die Nudel bleibt gleich. Bei der Nudel kannst du trotzdem scheißen, gell? Das ist nicht so, wie bei der Milch, dass du groß und stark wirst, gell? Ich sag's dir nur. So, jetzt habe ich mir nur da auch gehabt, so für was habe ich das jetzt aktiviert? Ich frage nur für den Freund. Ich denke mir gerade so, für was habe ich das jetzt aktiviert? Ach, der ist auch... Ich denke, wie fühlt sich das jetzt gerade wie Erdbeben an. Mhm. Sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe mal zu er. Der bewegt sich aber komischerweise nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das ist doch nicht gut. Ich habe mir gedacht, dass er nichts mitgekriegt. Ich meine, echt nicht gedacht, dass er was mitgekriegt hat. Wie immer diesen 31er macht, wie er dann am Boden immer so liegt. Das ist so ein Hund. Das ist so ein Hund. Er liegt immer so am Boden und haut noch so zusätzlich hin. Das ist so ein Arsch. Das ist so ein Arsch, oder? Er liegt so und dann so zack. Wie so eine Katze oder irgendwas in der Richtung. Was dann irgendwie mit dir spielt, mit den depperten Krallen oder irgendwas. Oh, scheiße. Oh. Oh. Da kommt der Fachexperte aus dir raus, oder wie? Muss man da jetzt mehrere hintereinander aktivieren? Kann das sein? Oder bestimmte? Okay, vielleicht gibt es da noch irgendwo so ein Terminal. Das kann vielleicht auch gut möglich sein. Ja, da oben ist dann wieder so ein Art Terminal. Würde mich jetzt aber interessieren. Ich kann dort, ich kann nur nicht doppelhupfen, gell? Das ist ja das Geschissene. Super, wenn ich da irgendwo aufbekommen könnte. Da gibt es aber leider noch nichts. Ich weiß, es gibt den Doppelhupferer. Das wissen wir ja schon mittlerweile. Aber raufhupfen kann ich da nicht. Nein, geht nicht. Nein, das wäre jetzt schön gewesen. Das wäre jetzt richtig schön gewesen. Aber Doppelhupferer muss ich halt leider noch warten. Schade. Oh, das kann ich bewegen. Na dann, let's go, Digga. Dann nehme ich lieber die dicken, fetten Nudeln für dich. Schön lang und breit und dick. Und vielleicht sogar noch schwarz. Ich muss vielleicht sogar irgendwie so Double-mäßig irgendwas machen können. Irgendwas habe ich noch gesehen gehabt, dass ich Doppelhupfen kann. Das ist jetzt euer Scheißernst. Ist das jetzt... Nee. Das ist jetzt nicht euer Scheißernst. Normalerweise kommst du immer rauf. Wow, ist das traurig. Wow. Wow, ist das... Okay, das... Wow. Wow. Okay, ich weiß nur, dass sie diesen leichten Sprint hat. Wie bei Devil May Cry, das weiß ich. Aber es kann ich trotzdem nicht nützen. Aber es kann ich trotzdem nicht nützen.